In der Implantologie spielt der Knochenaufbau eine entscheidende Rolle F.A. ein Viertel eher den Erfolg von Zahnimplantaten. Ein ausreichendes Knochenangebot ist notwendig, um die Implantate sicher und dauerhaft zu verankern. Doch was ist Knochenaufbau genau und wie kann die Knochendichte AH-HT werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen? Grundlagen des Knochenaufbaus in der Implantologie Der Knochenaufbau in der Implantologie bezieht sich auf das Verfahren, bei dem fehlender Knochen an der Implantationsstelle durch K. ein Viertel in ästliche Materialien oder K. peregene Knochenersatzstoffe RGA-NZT wird. Dies ist notwendig, wenn das Natter ein Viertel-Riche Knochenangebot aufgrund von Knochenschwund, Zahnverlust oder anderen Faktoren nicht ausreicht, um ein Implantat sicher zu verankern. Es gibt verschiedene Methoden des Knochenaufbaus in der Implantologie, darunter 1. Sinuslift Bei einem Sinuslift handelt es sich um ein Verfahren, bei dem der Boden der Kieferha-Halle angehoben wird, um mehr Platz F. ein Viertel-R das Implantat zu schaffen. Hier für ein Viertel-R wird K. ein Viertel-N-ästliches Knochenmaterial oder K. peregener Knochen verwendet, um den Hohlraum zu F. ein Viertel-N und die Knochendichte zu erhauen. 2. Knochenblocktransplantation Bei einer Knochenblocktransplantation wird ein Block K. pereigenen Knochens aus einem anderen Bereich des Kiefers entnommen und an der Implantationsstelle platziert. Dies ärmerglicht eine direkte Verankerung des Implantats in festem Knochenmaterial. 3. Knochenersatzmaterialien Neben K. pereigenen Knochen kann in auch K. ein Viertel-N-ästliche Materialien wie Knochenersatzstoffe oder Knochenaufbaupräparate verwendet werden, um die Knochendichte zu erhauen. Erhauen der Knochendichte F. ein Viertel-R den Erfolg Die Erhauung der Knochendichte ist entscheidend F. ein Viertel-R den Erfolg von Zahnimplantaten. Ein ausreichendes Knochenangebot gewahreistet eine stabile Verankerung der Implantate und sorgt F. ein Viertel-R langfristige Ergebnisse. Doch wie kann die Knochendichte AHA-HT werden? 1. Prooperative Diagnostik Eine sorgfältige prooperative Diagnostik ist entscheidend, um den Zustand des Knochens zu beurteilen und die geeignete Methode des Knochenaufbaus zu wallen. Hierbei kommen bildgebende Verfahren wie die Digitale Volumentomographie, DVT, zum Einsatz, um das Knochenangebot genau zu analysieren. 2. Auswahl des geeigneten Verfahrens Die Wahl des geeigneten Verfahrens des Knochenaufbaus HNGT von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Ausmai des Knochendefekts, der Lokalisation der Implantationsstelle und den individuellen Bäder-Einviertel-R fnissen des Patienten. Eine sorgfältige Abwagung aller Optionen ist daher unerlasslich. 3. Erfahrene Implantologen Die Durchvereinviertelung des Knochenaufbaus erfordert Erfahrung und Fachkompetenz. Ein erfahrener Implantologe kann die individuellen Gegebenheiten des Patienten genau beurteilen und eine meigeschneiderte Behandlungsplanung erstellen. 4. Nachsorge und Langzeitkontrolle Nach dem Knochenaufbau ist eine sorgfältige Nachsorge und Langzeitkontrolle erforderlich, um den Erfolg der Behandlung langfristig zu sichern. Regelmaheige Kontrolluntersuchungen und professionelle Mundhygiene sind daher unerlasslich. Fazit Der Knochenaufbau in der Implantologie spielt eine entscheidende Rolle F1, Viertel-R den Erfolg von Zahnimplantaten. Durch geeignete Verfahren des Knochenaufbaus und eine sorgfältige Planung kann Ihnen optimale Ergebnisse erzielt werden. Eine ausreichende Knochendichte Gewahre leistet eine stabile Verankerung der Implantate und sorgt F1, Viertel-R langfristige Funktion und Asthetik. Daher ist eine individuelle Beratung durch erfahrene Implantologen sowie eine sorgfältige Nachsorge unerlasslich, um den Erfolg der Behandlung zu sichern.